hallo ja renn halt immer an mir vorbei junge ich stelle mich jetzt in der penner ignoriert mich einfach durch den wald irgend so ein typ keine ahnung ich bremse auch für weiß nicht was ich da halt vor gelesen hat der hat mich nicht gegrüßt dem eigentlich nicht sind wir schon wieder umgezähmte viecher prometheus hier fliegen überall viecher rum von irgendwelchen leuten haben die ihre scheiß nicht unter kontrolle oder was ich weiß schon was du meinst also ich bin hier die ganze zeit am rumrasen und bin kaum energie verloren gut ich habe einmal zwischen gelandet aber trotzdem ist es der schritt was wir hier an energie haben der wahnsinn gut dann bestelle ich mir glaube ich nachher mal die neue webcam aber ich weiß noch nicht welche aber ich mal lieber mal da sind hier viele drachen alter schwede ja der finnig die nachtwache ja gut die nachtwache haben richtig geile base das ist ungefähr ein riesiges gebiet eingezogen mit beemoth walls aus holz und eisen abwechselnd ziemlich hässlich in der mitte steht eine plattform und ungefähr weiß nicht 15 drachen oder so und ein die gespielen sauer und rechse aber trotzdem sauber übertrieben unnötig also weiß ich bin lieber auf dem server um was schönes hier ist noch ein taming gehege da sind drei raptoren nett damit lieber ein bogen drumherum ja und ich erfriere natürlich sofort so du landest bitte hier kannst du hier nicht landen also ich habe denselbe zahlen ich fliege jetzt mal zurück da wo du bist ja mir ist kalt ich muss jetzt aber kurz seit wann gibt es hier piranhas stopp doch macht ihm keinen schaden lol säbelzahntiger ok bin am arsch ok dani ich bin gleich tot ich bin tot fuck das todes taxi na gut die ihr seid die besten ihr schaut sie ich bräuchte es nicht zu schreiben ihr seid echt meine helden leute also der wahnsinn ach leute ich liebe diesen server dann habe ich das schon mal gesagt ich bin in der arktis gestorben weil mich vier piranhas und der unten säbelzahntiger angegriffen haben wir in der arktis ja ich suche perlen ich brauche perlen da bist du denn so schnell in die arktis gekommen ich bin da hingefrochen mit dem sterben ok ich habe den extra so gesetzt dass ihm nichts passiert habe ich darauf geachtet ich wünsche dir noch ein geiles leben habe ich denn jetzt davon ohrwurm knallhacken champagner feten und dann ist es schon viertel vor elf ja ich weiß aber ich zähle mir denselbe tust noch der dauert ca 40 minuten ich hätte jetzt gern noch ein portal gebaut das kann nicht so schwer sein mann 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 die farbe und die farbe und die die ändern sich dann komplett also soweit ich weiß ist das auch weiter vererbbar wenn du die mit den templates anmalst bei dem joshi sah es ja irgendwie so aus als wäre angemalt gewesen das war ein extrem beispiel aber es war halt nicht so gut gemacht aber wenn du das geschickt machst dann ist das glaube ich teilweise weiter vererbbar ich weiß es nicht genau vielleicht kriege ich den ja irgendwie weißt du wenn wir so drachen haben oder so dass die so dass das logo von jo und jo auf der brust haben oder so irgendwas cooles ja also ich mach den im yugio style ja du kannst auch die charaktere anmalen gell oh fuck oh fuck oh gott hat er fast eine sprachnachricht angemacht wenn du einfach privat ja gut hättest mich hier rausschneiden können ähm was hast du gesagt ich hätte ja auch was machen können ich weiß jetzt gar nicht mehr ach so die charakter man könnte auch die charaktere anmalen hast du gesagt glaube ich und so von eigenen Menschen hier oder wie ja also Tattoos oder so ein Quatsch Tattoos? echt? das ist ja cool also wie Tattoos wo sie sich so Jojo stechen lassen oder so ja boah dann lass ich mir so ein mit so ein Jojo um den Bauchnabel rum und trage immer per Top das ist doch nice wow so auf die Nase oder auf die Stirn oder so dicke Augenbrauen oder sowas oder ein Bart hab ich ja noch ein Bart ja so leicht nicht dann machen wir so ein Vollbart ich hab gute Augen jetzt ist die Frage äh ja kannst du den Säbelzahntieren nicht erschießen wenn du das Zeug nicht hast stimmt bringt ihr dich grad hin oder was ist denn los? ähm ich warte gerade auf die äh der Kano ist noch nicht gezämt oder? ich schau mal lieber nachdem nicht dass der uns nachher abhanden kommt doch er müsste gezämt sein also der war kurz vor Ende und ich hab nochmal volle Bulle Narko Ding reingehauen also eigentlich müsste er gezämt sein also eigentlich müsste er gezämt sein ja da steht er wie nennen wir ihn? ok nice oder sie bitte? mit C äh male hast du nicht gesagt female? ne male ist male der andere Raptor war female ähm ok machen wir gleich überleg dir was ich krass lass mich auch mal mit C krass mit C äh ähnlichkeit mit Frietty achja wir haben übrigens eine Allianz mit den Kleeblättern aus Fürth deswegen sind die so blau ja die heißt einfach nur Allianz für mich sind sie gelb echt? achso ahja gut im Chat sind sie gelb achso ja wenn man sie sieht aui aui da bin ich ja ok dann lasse ich den ins Gehege droppen oh scheiße da ist der Karno drin der Karno ist noch drin kannst du noch ein bisschen den in der Luft halten? ja ich müsste dann die ganze Zeit warten ja ja Arktis ja äh fliegt er dich jetzt schon los? ja gerade los oh man wie haha ja gut der wollte wohl schon mal Gas geben ok das ist mega ätzend so so ist nicht besser aber immerhin äh 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 scroll 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 ich brauche ein gutes Thumbnail äh der geht nicht na gut ok ich lade den selbe Zamtiger einfach mal auf der Insel drüben ab ja trage den Karno bis raus behalte ihn und auf der Insel kann man normalerweise nicht verfahren oh ich habe Farmen groß geschrieben nein was macht der denn? der schwimmt was ist mit dem los? du sollst nicht schwimmen ne heee schöne Landschaft hier wieso muss denn alles immer so stressig sein? ich weiß nicht oh bitte wird nicht gefressen ey das wird mich ach allein der Gedanke kotzt mich an ach ich liebe unsere Axte ist zum Zeitfach ein blöder drüb nein nein keine ahnung das funktioniert mit grün hat das perfekte themen gehe ich kann einfach so drüber springen ja es ist auch glaube ich mehr so zum schutz kannst du mich hören ob du mich hören kannst richtig habe ich gefragt okay also da unten auf dieser schneeinsel wo die palmen stehen da habe ich bin ich verreckt und da ist auch der säbelzahntiger der mich umgebracht hat die unter uns halt also vor uns genau das wäre geil wenn du wieder findest weil du hast wieder die ganze nackenpfeile verloren feuer 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 ich müsste auch noch kurz ich müsste dinge fahren oh schnell 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 lass mich ab schnell 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 ich verrecke sonst bringe ich mal kurz ins warme bitte sonst sterbe ich und dann muss mir die flug die nur noch holen ich verstehe aha nein was brauche ich denn oh bitte überlebe ich das oh bitte überlebe ich das ich sag's aber im sprachschiff aber Leute versteht mich nicht ja aber er versteht mich nicht ja aber er versteht mich nicht mich hat er verstanden komisch wahrscheinlich liegt es an dem schnee raus hm 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 komm komm wie krieg ich denn wieder leben dazu und es dauert ja ewig au wuf danke sehr also nochmal wie krieg ich denn leben dazu das dauert ja ewig dass es nicht irgendwie sowas wie Verbandszeug gibt ey dass es nicht irgendwie sowas wie Verbandszeug gibt ey euer muss ich mir jetzt mal kurz kurz nicht wieder die P영edale no dann oh nein der ist gelen get landet oh f**k 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 Wo ist denn jetzt der Pteranodon hin? Gut, wieder. Ja, ich finde sehr, sehr cool. Ja, ist okay. Also, ich warte jetzt über dem Gehege, wenn du selbst hast. Hier bist du hier da, weil ich brauche die Nacken weiter. Hast du alles jetzt wieder? Ja. Und den Pteranodon auch? Ja. Nice. Okay, dann haue ich den kurz aus den Latschen und dann gehe ich Perlen holen. Und dann bekamste ich uns ein Portal und setze die endlich mal, weil ich will die ausprobieren. Ich komme geflogen. Wie der Wind. Schnell. Da hinten wohnen wir. Inzwischen finde ich sogar. mit dem ich ein wenig unterwegs war. Fliegt der Säbelzantrieger dann automatisch runter eigentlich? Ja, der fällt dann. Okay. Okay. Ticken schneller könnte der Pteranodon auch sein, glaube ich. Ich glaube, ich skill den jetzt mal ein bisschen auf Speed. Was hältst du davon, wenn wir in unserem Steingarten dann, weißt du, wo ich meine, eine Burg hinbauen und aber diesen großen Baum in der Mitte stehen lassen und alle Felsen, die halt stehen gelassen werden müssen und uns halt da relativ geschickt reinbauen. Da oben. Ja, wo jetzt eigentlich das Gehege ist. Das ist jetzt quasi hier dann reinbauen. Ja, schau mal mal. Ähm, diese Dämonie selber tut weg. Du musst kurz außerhalb lernen, was ich... Ich weiß nämlich, jetzt gerade... ... sprüge raus. ...durch, was du gerade meintest, aber ist überstehend. Okay. In den Arsch. Nice, danke. Aber leider nix dabei. Ah, doch 50 Fleisch. Bei dem Sisa, im Sina... Hast du den benannt schon? Nee. Ich benenne den mal. Sisa. C-I-C-A-R. Was? Wie, 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 Sisa? C-E- Schreib mal, wie du denkst, bitte. C-A-R. Oder I-R. Sisa. Nein, wie Cäsar. Z. Achso. C-E-S- Achso. Ich dachte, wir machen die Englische. C-A-R. Oh Gott, C-S. Cäsar. Nee, Cäsar oder Cäsar? Cäsar. Der deutsche Server hier. Cäsar. So? Alter, Johannes. Oh Gott. Mit I-R. Nee, Cäsar. Mit R. C. I-R, du machst mich schon selber dumm. Mit A-R. Nein, mit A-R hinten. Cäsar. 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 Du, was darfst du dir jemanden zeigen hier? Es ist spät. Ach, die Katze ist sweet. Oh, mit grünen Augen. Cool. Mach ich ein Saber-Tuch? Saber. Oh, Antumskettin, Panzaru, äh, woher? Oh, die fahren in den Kisten. Waaaaat?